Ja, hallo und willkommen zurück zu Alien Isolation, mit dem ich heute mal weitermachen werde. Wir sind hier im Pause-Menü, weil ich das letzte Mal, als ich gespielt habe, ich habe vor der Aufnahme noch mal kurz reingeguckt, wo ich denn überhaupt bin, weil ich natürlich wieder völlig vergessen hatte, wo ich war. Es ist ein halbes Jahr her oder so, in der ich das Spiel nicht angerührt habe in der Zeit. Denn ich habe ja schon häufiger mal hier deutlich gemacht, kein großer Fan von Horror. Ähm, ja, deswegen sind wir im Pause-Menü, weil ich weiß, dass das Alien hier rumläuft, was ich schon nachgeguckt habe, und weil ich in der Zwischenzeit noch einen Guide gelesen habe, der mir ein bisschen helfen soll beim Spielen, weil ich gelesen habe, sich in den Schränken zu verstecken, ist total bescheuert. Weil die KI von dem Spiel, die ich ja, glaube ich, noch gar nicht genug gelobt habe, das finde ich ja das Coole an dem Ding, es gibt ja zwei verschiedene KIs hier, sich daran anpasst. Aber bevor ich jetzt hier ewig weiterlabere, das ist jetzt schon fast eine Minute, gehen wir einfach mal wieder ins Spiel. und gucken mal, wo wir hin müssen. Äh, denn... Ja, hier wird's... Spannend. Insofern, als dass, wie gesagt, das Alien hier rumrennt. Aber in dem Guide-Stand, wenn ich nichts höre, ist auch alles gut. Und da war schon was. Jo. Läuft definitiv hier irgendwo rum. Aber wo? Okay, da war's. Jetzt will ich nicht rausgucken. Ich muss doch mal ganz kurz was in den Optionen nachgucken, weil ich mir relativ sicher bin, da war irgendwo eine Taste. Toll, das für den Gamepad... Das Gamepad hilft mir nicht. Gibt doch irgendeine Taste, um die Luft anzuhalten. Oder war das nur im Schrank? Okay, das ist anscheinend nur im Schrank. Nein, ich hab keine Änderungen gemacht. Mann. Ich will nicht rausgucken. Okay. Es ist zumindest gerade nicht hier. Und was der Guide auch noch sagte war, immer schön in Bewegung bleiben. Gucken wir denn noch mal auf die Karte. So, ich weiß gar nicht mehr, ob das Spiel eigentlich speichert, äh, pausiert, während man auf der Karte ist. Alles schon wieder so lange her. Tja, eine Security-Zugangskarte. Ich habe ja die Vermutung, die befindet sich, wenn, dann irgendwo hinter mir. In dem Büro hier von dem Typen. Aber hier war ich ja schon drin. Hm. Hm. Wo könnte die blöde Schlüsselkarte sein? Ja. 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 Ja, ja. . Jetzt höre ich es schon wieder. Ist ja alles zum Glück auch nur ganz dezent beunruhigend. Ich finde ja, ehrlich gesagt, das Spiel sollte, wo ein Speicherpunkt ist, auch sicher sein. Aber vielleicht ist das nur ich. Oh, wie komme ich denn hier wieder raus? Hm, jetzt habe ich da das Feuer ausgeschaltet. Hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Oh, toll, da brauchen wir einen. Ich speicher erst mal. Jaja. Ich bin zwar nicht wirklich weitergekommen, aber okay. Ich brauche also hier den Code. Aber wessen Code? Ich gehe hier jetzt extra langsam, damit ich nicht irgendwas anlocke. Denn da habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht steht hier irgendwo ein Passcode. Ich bin weg. Oh. Oh I want that on record. God. Oh, me. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Hmm. Das bringt mich dem Passcode jetzt aber auch nicht näher. Okay, es ist woanders langgegangen. Wo könnte der sein? Ach, ich wollte die Karte gucken. Hm. Hm, hm, hm. Ah. Ah. Ich habe keine Ahnung. Und ich kann hier jetzt auch nicht ewig rumlaufen. Dafür ist das irgendwie zu... Ist doch nicht etwa auf dem unteren Stockwerk, oder? Da bin ich ja hergekommen. Hm. Ist wahrscheinlich viel einfacher, als ich das jetzt gerade hier denke. Und es ist einfach nur super kompliziert. Hm. Das sind nur irgendwelche ID-Codes. Die werden mir ja wohl auch kaum helfen. Hm. Und das sind... ...Logs. Die helfen mir auch nicht weiter. Ich meine, ich kann es mal probieren. Ob da jetzt irgendwas passiert ist? Nö. Passcode required. Kann ich die eigentlich auch wieder einschalten? Die Düse mit dem Feuer. Anscheinend nicht. Hm, hm, hm. 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 Da steht der Code. Ernsthaft? Wow. Ich fühle mich sehr dumm. Ja, komm. Samuels. Ich bin auf meinem Weg. Nicht reden. Okay. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Oh, und da hinten sind andere Menschen. Oder sind das Androiden? Die laufen so... ...methodisch. Ich höre aber schon wieder das Alien. Hm. Ich glaube, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Hm. Das ist alles sehr uncool. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal die Karte. Gibt es hier nirgendwo einen Save-Punkt? Boah, ich sehe hier nix, ne? Ich habe ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir entweder mit den Aliens... äh, mit dem Alien oder mit den... Ich weiß nicht, Plünderern, Androiden, was auch immer das da hinten war. ...zu tun kriegen werden. Der Fahrstuhl funktioniert natürlich nicht. So, und das hier war Patient Zero. Samuels. Ich habe die Mediz. Wir sind in der Transitstation, außer der Mediziner Rezeption. Ripley, wir haben Schäden gehört. Und wenn wir sie gehört haben, dann hat das Kreatur. Oh, toll. Way to go. Ich benutze das mal kurz und hoffe, dass mich keiner... äh, hier platt macht. Turner, wir haben etwas passiert, hier in San Cristobal. Tape auf die Szene und sicher, dass es nicht beendet wird, bis Garcia kommt mit Forensik. Keep das quiet für jetzt. Ich will total silence. Die letzte Sache, die diese Station brauchen, ist eine Panik. Und eine andere Sache. Wenn ich herausfinden, wer das macht, um die Ransom, ich werde sie mit der fucking Badge machen. Er hat sich aufgeholt, um die Säge und Privilegien zu haben und hat ein Ransom für den ganzen Scheiß. Das ist ein seriöses Inzidenz. Ich brauche keine Ransom, um es zu komplizieren zu machen. Hast du mir das? Warte mal. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Und wie komme ich darüber? Ich finde es ja schön, wie man in diesem Spiel quasi die... Moment mal. Noch ein Chestburster. Das heißt, da sind zwei Aliens unterwegs. Ähm, was wollte ich sagen? Wie man in diesem Spiel quasi Konventionen ablegen muss. Normalerweise würde man ja dazu tendieren, irgendwie mittig durch den Gang zu laufen und so Zeug. Das sollte man hier aber nicht tun. Natürlich. Und wo tue ich das? Natürlich muss ich dafür wieder auf die andere Seite. Ich habe echt keinen Bock jetzt hier... mich mit denen anzulegen. So kann es auch funktionieren. Und es gab sogar ein Achievement. Was ist das? Hm. Hmm. Du denkst du, dass wir hier sicher sind? Das fühlt sich nicht sicher. Was war das denn? Wir wollen dich hier nicht, verstehst du? Ernsthaft? Oh, toll. Ja, und tschüss. Hallo. So, wo war jetzt der letzte Speicherpunkt? Wo war ich wenigstens? Nein, okay, jetzt muss ich das nochmal nachlesen. Na gut, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Äh, wo war das hier? Das hätte man auch vorher irgendwie haben können. Oh. Ich bin auf meinem Weg. Okay, das heißt, irgendwie an denen vorbeikommen, ohne dass man in ein Feuergefecht kommt, wäre die bevorzugte Lösung. Wie immer also in diesem Spiel schön durchschleichen. Samuels. Ich habe die Mediz. Da war nix. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ich hoffe, dass die mich noch nicht sehen. Und gucke mal, ob ich... Ah, hier ist ein Safe-Punkt. Ja, sehr schön. Das spart mich auch dahin nochmal zu latschen. Cool gemacht, muss ich sagen. So, aber bei diesen Videos hier, bei den Alien-Videos mache ich ja immer nur 20 Minuten für gewöhnlich. Was auch heute ganz gut passt, zeitlich. Äh, deshalb... Ja, lasse ich euch mal mit diesem schönen Ausblick hier allein. Das Spiel bietet ja jetzt nicht so viele Momente, wo man mal die Aussicht genießen kann. Aber inzwischen mache ich mir wenigstens auch nicht jedes Mal mehr in die Hose, wenn das Alien ankommt. Gut, wenn ich jetzt hier rumstehen würde und das jetzt mich plötzlich von hinten erwischt, das wäre was anderes. Aber so mache ich erstmal Pause für jetzt. Und stoße mit dem Headset an das Mikro. Ja, und dann sehen wir uns ja vielleicht schon morgen wieder mit einer weiteren Folge, wo wir dann hoffentlich endlich mal hier weiterkommen mit diesem... Mit diesem, äh, na... Schau mal, Kit. Mit der Behandlung von... Ich hab ihren Namen wieder vergessen. Es ist zu lange her. Egal. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ihr könnt wie gehabt ein Abonnement da lassen. Huch, jetzt ist die Kamera gesprungen. Äh, oder ein Like oder ein Kommentar. Und vielleicht sogar alles drei davon. Und natürlich das Video teilen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns vielleicht ja morgen wieder. Tschüß! 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 Tschüß!